Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz Vorstellung von Daniel Pemmetz. Und von daher würde ich sagen, rein in den Bums. Ja, Christi hat aber auch schon ein lichtes Haar, oder? Ja, schönen guten Morgen. Oben auf der Pläte. Auch schon ein bisschen schön hier so zugekämmt, ne? Herzlich willkommen. Der FC Bayern freut sich sehr, heute Daniel Pemmetz als neuen Torhüter beim FC Bayern München vorstellen zu dürfen. An der Seite des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Guten Morgen, meine Herren. Chrissi, bitte. Einfach Chrissi. Unter Freuen kann man Chrissi sagen. Jan, you're welcome in Munich. Thank you. People say the first impression remains. Willkommen in München. Die Menschen sagen ja, der erste Eindruck zählt. Wie war der bei dir? Ich habe mich direkt vom ersten Moment an im Flugzeug schon wohlgefühlt. Ich habe gemerkt, dass es wie eine Familie ist. Jeder versucht mir zu helfen. Alle Mitarbeiter, alle in der Umkleide haben mir gleich das Gefühl gegeben, dass ich hier zu Hause bin und werden mir helfen, um mich an dieses Land und an den neuen Verein zu gewöhnen. Herr Dresen, ist die Verpflichtung von Daniel auch eine Art Happy End? Ach gut, wir haben, glaube ich, zweimal ein Happy End gestern gehabt. Das erste Mal hatten wir ein sehr gutes Spiel. Na ja, Chrissi. Sehr gutes Spiel, da sehe ich das nicht an, aber da sind wir ja eh gespalten. Da stehe ich ja wahrscheinlich ein bisschen alleine mit meiner Meinung da, aber das macht auch nichts. In der zweiten Halbzeit zumindest deutlich besser als in der ersten und vor allen Dingen mit einem guten Ausgang. Das ist richtig. Zweite Halbzeit war auf jeden Fall besser als die erste, aber auch nur 25 Minuten. Danach war dann halt so, ja, wir nehmen auch 20 Gänge raus und achten ein bisschen drauf, dass wir nicht in den Rückwärtsgang rollen legen. Und natürlich mit Daniel jetzt in der Tat ein Happy End nach einer Suche nach einem Torwart, das ja verschiedene Wendungen gehabt hat diese Zeit und wo wir ja auch unsere Überlegungen verändert haben im Laufe dieser Suche, auch durch die deutlich fortgeschrittenere Genesung von Manuel. Deswegen sind wir sehr, sehr glücklich. Fühle ich jetzt nicht wirklich die Aussage, selbst wenn Manu jetzt so ein halbes Jahr gebraucht hätte, oder man weiß es nicht, kann ja immer noch einen Rückschlag geben, man weiß das ja nicht. Selbst dann finde ich den Weg besser als, wie wenn man gesagt hätte, wir holen jetzt wieder so einen super alten Sack, so einen erfahrenen. Wie gesagt, den haben wir mit der Ulle da auf 2, das ist völlig okay. Und wir gucken mal, wie Daniel oder Daniel sich die nächsten Wochen macht und ob er ja auch schon eine richtige Konkurrenz zum Ulle wird. Wer weiß. Warum nicht? Letzten Endes ist Daniel ein Torhüter, den wir schon länger beobachtet haben. Fantastische U21-EM letztes Jahr gespielt, gegen uns zwei Elfer gehalten. Dann letzten Endes nicht in dem entscheidenden Halbfinalspiel dabei, gegen den späteren Gewinner des Turniers England, gelb gesperrt. Also insofern glaube ich, dass wir in jeder Hinsicht ein Happy End, die wir heute haben. He is always informed. Dankeschön, Herr Driesen. Dann kommen wir zu den Fragen. Bitteschön, da vorne die erste Reihe, jawohl. Christian Falk für Sporthüt. Eine Frage an Herrn Driesen und eine Frage an Daniel. Herr Driesen, wie würden Sie den Transfer jetzt beschreiben? Sie haben ja selber gesagt, dass Neuarbeit zurückkommt. Zum einen ist es dann eher so eine Reservistenrolle oder ist es auch eine Investition in die Zukunft? Können wir noch zehn Minuten so weitermachen? Ne, man verpflichtet natürlich einen 23-jährigen Torhüter als Reservist und plant nicht, dass er sich vielleicht die nächsten ein, zwei Schritte bei uns macht und ein Investment in die Zukunft ist. Das ist doch logisch. Frage an Daniel. Wie wurdest du überzeugt, zum FC Bayern zu kommen? Du warst Stammtorhüter und jetzt hast du natürlich einen Wettkampf. Manuel Neuer droht zurück. Junge, der kommt aus der ersten israelischen Liga. Wenn er in einen Topklub kommt, wie der FC Bayern München, dann gibt es nichts zu überlegen. Ja, dann nutzt man die Chance. Und wenn er jetzt zwei Jahre auf der Bank sitzt, dann kann er immer noch sagen, ja, weißt du was, war schön hier, aber jetzt habe ich die Schnauze voll und gehe halt wieder. Aber es ist doch klar, dass man so eine Chance nutzt. Kommt ja jetzt nicht von irgendeinem englischen Klub aus dem Mittelfeld, wo er Stammtorhüter war. Beiden Fragen, sorry. Leute, die kannst du dir aber auch mit ein bisschen Allgemeinwissen und ein bisschen Grips in der Birne, was Fußball anbelangt, selber beantworten. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit allen Torhütern zusammenarbeiten kann. Und die sind sehr erfahren, spielen schon so seit vielen Jahren auf dem höchsten Level. Und ich freue mich darauf und glaube, dass wir uns wirklich zu höchsten... Ja, man muss ja auch mal sagen, der Cleansy hat sich ganz schön verändert, oder? Habt ihr nicht Cleansy bei uns die 18 gehabt, wenn mich nicht alles täuscht? Das hat aber auf jeden Fall eine ambitionierte Nummer. Muss auf jeden Fall mal in eine Tonne reintreten. Tippsleistungen pushen können. Natürlich ist Manu mein Vorbild. Es war großartig. Ich konnte ihn gestern treffen. Er ist ein toller Typ. Und ich freue mich wirklich darauf, mit ihm zu trainieren. Und natürlich bin ich ein Sportler. Ich möchte den Wettbewerb. Und das gehört zum Fußball, dass der Wettbewerb immer da ist. Und ich werde mich zeigen. Ich glaube, mit dem, was der Daniel gerade zum Schluss gesagt hat, das trifft den Nagel auf den Kopf. 23 Jahre ist Daniel alt. Dieser Altersunterschied ist ja gegenüber Manuel enorm. Und er kann ganz viel lernen von Manuel, aber auch von Sven. Und ich glaube, die Verpflichtung von Daniel ist in der Tat das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Falk. Es ist Perspektive in die Zukunft. Ja, ist doch logisch. Das vom Falk, Alter. Also, das waren noch zwei rhetorische Fragen, Alter. Die hättest du dir doch selber beantworten können. Als Torhüter bist du ja, oder hast du ja ein sehr langes Sportsleben vor dir. Und ich bin sicher, dass wir mit Daniel ein Stück weit Zukunft planen können. Ich habe es aber in einem anderen Video gesagt. Wir müssen halt nur hoffen, dass wir es dann auch so machen. Dass wir dann halt auch sagen, wenn er wirklich stark ist und die Form hat, dass er dann sich auch mal zeigen darf. Dass er dann halt vielleicht Pokalspiele kriegt oder sonst was. Wenn man ihn jetzt halt zwei Jahre irgendwie nur für Bank versauern lässt, ohne irgendeinen Einsatz zu haben, dann ist das natürlich auch nicht der Weg to go. Na klar wird er jetzt ja in der ersten Zeit viel lernen. Ist ja was ganz anderes, ob du in der israelischen Liga die Nummer 1 bist oder ob du bei uns einen Manuel Neuer und Ulle da hast, die super erfahren sind. Da wird er natürlich sehr viel mitnehmen können. Aber da muss er halt auch die Chance kriegen, das zu zeigen zu dürfen, was er dann mitgenommen hat. Und auch die Chance, wenn Manuel dann abdankt, dann auch die Chance zu kriegen, ja, ich habe jetzt hier zwei Jahre gemacht, ich habe das Talent, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe das mitgenommen. Und nicht, dass man dann wieder sagt, ach komm, wir investieren jetzt wieder 60 Millionen und setzen dem armen Jungen dann da irgendwie da einen vor die Nase. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber da macht mir unser neuer Sportdirektor ja ein bisschen Hoffnung leer. Schon so ein bisschen auf Talentförderung gestielt ist. Das Ding haben wir Daniel ja auch mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Dann hinten links Cary Hau für Sport1, bitte. Hallo, eine Frage an Daniel. Wann und wie hast du vom Interesse des FC Bayern erfahren? Was ist dir in dem Moment auch durch den Kopf gegangen, als dann der Anruf kam, dass der Wechsel klappt? Das erste Mal, dass ich von dem Interesse gehört habe, bin ich gerade vom Training gekommen. Ich wurde angerufen und habe von dem Interesse erfahren, es ist ein großer Verein. Ich bin schon seit ich ein kleiner Junge bin, Fan dieses Klubs und das ist alles. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Okay, dann einmal hier vorne bitte, Tobias Altschöffel für das Sportbild. Frage an Daniel, wie das Gespräch mit Thomas Tuchel war, der dich, glaube ich, angerufen hat letzte Woche und nochmal überzeugt hat von diesem Transfer. Wie war das, der Moment, als Thomas Tuchel am Handy angerufen hat und an Herrn Tresen? Er hat aber auch Festnetz angerufen. Oder über Teams? Herr Tresen, ich glaube, der Michael Rechner, euer noch neuer Torwarttrainer, wurde in den Transfer-Ausschuss auch ein bisschen bei der Torwartfrage logischerweise mit einbezogen. Wie war denn seine Expertise, seine Meinung zu Daniel? Hat er ihn vielleicht vorgeschlagen und was hat er so über seine Fähigkeiten kundgetan? Vielen Dank. Der Trainer ist sehr warmherzig und er behandelt die Spieler wie Söhne. Ich fühle mich hier wirklich wohl und willkommen und ich fühle mich hier wie zu Hause. Als wir telefoniert haben, haben wir über mich, über meine Situation gesprochen. Wie es im Moment läuft und wie es dann sein wird. Und das war es dann schon. Ja, da hätte ich ja gerne mal zugehört, was da eben so ins Ohr geflüstert hat, wie es sein wird. In der Tat, Michael Rechner ist zur Fragestellung Torwart-Suche eingebunden gewesen im Transfer-Ausschuss. Ja, wäre ja auch schlimm, wenn er das nicht wäre als Torwarttrainer. Sollte er eine gewisse Expertise haben. Und wir haben da verschiedene Namen diskutiert und auch ganz unterschiedliche Torwarttüren. Ne, haben wir gar nicht mitgekriegt, oder? Hat er das irgendwie mitgekriegt, dass wir viele Namen diskutiert haben? Auch vom Alter her diskutiert. Und bei Daniel Perez war es 100% eindeutig. Also er hat ihn beschrieben als jemand mit ganz viel Potenzial, Spitze auf der Linie, Zukunft für den FC Bayern und nicht den Hauch eines Zweifels gelassen. Und deswegen hat es uns dann die Entscheidung auch leicht gemacht. Ja, und für Kolpotäter, Fünfmille, was hast du zu verlieren? Also da besteht kein Risiko. Also kein finanzielles. Dann ist Manuel Bunker in der Reihe für TZ und Merkur. Eine Frage an Daniel, eine Frage an Herrn Dresen. Daniel, wie würdest du denn deinen Torwartstil beschreiben? Hast du den Ball auch gerne am Fuß? Bist du einer, der auch wie Manuel Neuer so ein bisschen den Libero macht, ins Risiko geht, rausläuft? Also dass du mal deinen Torwartstil einfach ein bisschen beschreibst. Und Herr Dresen, jetzt gibt es ja immer noch die Frage nach der Holding Six, die auch Thomas Tuchel gestern mal mehr, mal weniger ausführlich beantwortet hat. Können sie da Licht ins Dunkel bringen? Also bekommt er wirklich keine Holding Six mehr? Oder darf sich Thomas Tuchel doch noch Hoffnung machen? Weil er meinte ja auch gestern, die Zentrale ist ein bisschen dünn besetzt mit drei Spielern. Zunächst einmal freue ich mich, habe ich wirklich Spaß bei dem, was ich mache. Ich trage jede Sekunde auf dem Feld und möchte ich immer weitermachen mit dem, was ich tue. Mein Stil ist, ich bin sehr aktiv, ich habe sehr viel Energie, ich möchte immer helfen und immer gewinnen. Mein Charakter gehört auch dazu, ich möchte mich immer beteiligen. Ich möchte immer nahe an den Verteidigern sein, aber ich möchte da nicht zu viel darüber sprechen. Ich hoffe, Sie werden es sehen. Ja, warum habe ich mir irgendwie gedacht, dass die Frage heute auch kommt, gell? Gell? Zum Glück haben wir ja noch ein paar Tage bis zum 1.9. und so lange würde ich tatsächlich um Geduld bitten. Wir werden sehen, wir sind in einem permanenten Austausch, aber Sie haben das jetzt schon mit dem Licht ins Dunkel gesagt. Ich glaube, es bleibt noch ein bisschen dunkel die nächsten Tage. Dann wechseln wir zu den israelischen Kollegen, Amit Löwenthal. Daniel, gab es einen Moment während der Verhandlungen, in dem du gedacht hast, ich komme doch nicht zu Bayern. Es waren sehr harte Verhandlungen. Hattest du gedacht, dass du vielleicht doch nicht hierher kommst? Ist es jetzt schwieriger gegen Zahavi oder gegen Harry Kane? Wenn wir die Vergangenheit des FC Bayern nehmen als jüdischen Klub mit Kurt Landauer und anderen berühmten jüdischen Spielern, ist es jetzt etwas Besonderes, den ersten Israelien vereint zu haben. Ja, wir haben sieben bis zehn Tage verhandelt. Natürlich gibt es da Hochs und Tiefs. Ich war dann auch noch mit Spielen beschäftigt, hatte da nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe meinem Agenten vertraut. Ich wollte zu Bayern und ich wollte, dass sie alles tun, damit das auch klappt. Ich habe nur versucht, mich auf meinen Fußball zu konzentrieren und das war es dann schon. Und was ist mit Kane und Zahavi? Ich habe bislang noch nicht so viel mit dem Team trainieren können, nur einmal kurz. Das war sehr gut. Aber ein paar von Ihnen haben schon sehr viele Tore erzielt, 300, 400. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen, mit den besten Spielern der Welt zu trainieren und mich wirklich zu pushen. Ja, in der Tat. Es ist für uns das erste Mal, einen Spieler aus Israel bei uns in den Rhein zu wissen. Das ist vor dem Hintergrund auch unserer jüdischen Geschichte, die der Klub auch hatte oder hat, natürlich etwas Besonderes. Auf der anderen Seite spielt das für uns eigentlich keine Rolle. Herkunft, Geschlecht, Orientierung ist für uns als weltoffener Klub egal. Ja, so soll es auch sein. Weil uns geht es um eins. Wir wollen möglichst guten Fußball spielen. Und es gab ja schon einige Israelis auch in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, Samuel Rosenthal war 1972 der Erste bei Borussia Mönchengladbach. Dass es bei uns so lange gedauert hat, okay. Aber dafür wird es auch hoffentlich eine ganze Weile halten jetzt mit Daniel. Dann bleiben wir gerne bei unseren Gästen. Bitte hinten, ja. Okay. Sorry. From the Israeli public TV. Daniel, if you want to feel, you want to reply in Hebrew, you will be happy. Aber first to the chairman. Again, of course, the thing that you want to do, you want to reply in Hebrew, you will be happy. Erste Frage. Im Fußball geht es natürlich um alles. Aber es geht auch um die Geschichte. Er ist der erste israelische Spieler hier bei Bayern. Und ich wüsste gerne etwas über die Nummer 18. Welche, wessen Idee war es? Symbolisiert es das, was ich denke, dass es symbolisiert? Wie sind Sie darauf gekommen? Und die Frage an Herrn Dresen. Sie haben über seinen Charakter gesprochen. Warum ist es so wichtig, dass eine Person wie er Bayern sich nun anschließt und nicht jemand anders? Können Sie über den Einfluss Ihres Vaters sprechen bei diesem Wechsel? Jetzt spielst du für einen der größten Vereine im Fußball. Wie kannst du da deine Anspannung kontrollieren? Das eine ist, um Fußball zu spielen. Und dafür hat man Scouts. Dafür hat man auch den Coach, in diesem Fall Michael Rechner, der das beobachtet und dann Empfehlungen gibt. Auf der anderen Seite, Talent alleine reicht ja nicht aus. Es ist wie immer im Leben, bei allem, was man braucht, braucht man Leidenschaft, braucht man Energie, braucht man Durchsetzungsvermögen, Disziplin, Charaktereigenschaften. Also die einen Sportler, aber auch anderen Menschen in anderen Berufen auf einem Karriereweg einfach nur helfen können. Und ich glaube, beim FC Bayern sich durchzusetzen, braucht es sehr viel Leidenschaft, braucht es sehr viel Energie, braucht es sehr viel Disziplin. Und das haben wir bei Daniel aus unserer Warte so feststellen können. Das hat das Trainerteam gesehen und deswegen ist auch dann die Wahl auf Daniel gefallen als ein junger Mann, der alle diese Eigenschaften in sich vereint und von dem wir uns deswegen auch erhoffen, eine gute Zukunft gemeinsam zu haben. Und die 18, wenn ich das richtig verstanden habe, da muss ich in ehrlicher Weise sagen, da haben wir uns eigentlich gar nichts beigedacht. Also ich habe mir zumindest nichts dabei gedacht. Vielleicht hast du sie dir ausgesucht. Ja, ich habe mir die Nummer 18 ausgesucht. In Israel ist die Nummer 18 sehr populär. Ich spreche über das Leben und dass du musst, um ein Leben zu beigern, und das ist alles. Ich habe mir das Leben und deswegen habe ich die Nummer gewählt. Und die andere Frage? Es ist okay, es ist okay. Es ist okay. Du kannst es ja. Okay. Es ist okay. Es ist okay, du kannst es ja. 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 Bild-Zeitung. Appreciate it. Hallo. Eine Frage an Daniel und eine Frage an Herrn Dresen. Daniel, Junge, du sitzt doch jetzt schon seit 14 Minuten in der Pressekonferenz. Daniel, ich wüsste gerne nochmal genauer, wie du deine Rolle innerhalb des Torwart-Trios siehst. Stellst du dich da erstmal hinter den beiden an? Nee. Er kommt da hin und sagt, ich bin jetzt die neue Nummer 1. Ach Leute, ey, die Bild-Zeitung, die haut mich immer wieder vom Hocker, ey. Oder sagst du, du willst Sven Ulreich und Manuel Neuer direkt herausfordern? Und die Frage an Herrn Dresen. Gestern war Benjamin Pavard auch nochmal in aller Munde. Thomas Tuchol hat bestätigt, dass er einen Wechselwunsch geäußert hat. Danach hat er ein paar Tage im Training gefehlt. Wie ist seine Situation und wie zuversichtlich sind Sie, dass man diese lösen kann in den nächsten Tagen bis zum Transferschluss? Ich sehe meine Rolle folgendermassen. Ich möchte spielen und ich möchte so gut trainieren und so gut spielen, wie es einfach nur möglich ist. Ich möchte dem Trainer zeigen, was ich kann. Und das ist die ganze Situation. Ja, in der Tat. Benjamin Pavard war die letzten Tage beim Training nicht dabei. Dem ging es nicht so gut. Hatte Bauchschmerzen, hatte Rückenbeschwerden. Hatte Bauchschmerzen. Und deswegen ist er dann auch gestern nicht im Kader gestanden. Hau mich weg, ey. Wir haben, wie gesagt, vorhin ja schon mal erwähnt, noch ein paar Tage. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass wir die... Hallo, der Chrissi war Finanzvorstand jahrelang bei uns. Der ist ja der Erste, der weiß, dass wir nicht auf die 30 Millionen verzichten, die wir jetzt für Benji kriegen, wenn wir nächstes Jahr keinen Cent kriegen. Also der ist ja nicht doof. Der hat ja nicht auf dem Baum gepennt. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist jetzt halt ein bisschen Hinhalterei. Am Ende des Tages wird er wechseln. Und gut ist es. Die Thematik noch in diesem Transferfenster werden abschließen können. Vielen Dank fürs Frühbekommen. Dankeschön auf der Bühne. Dann wollen wir die Nummer 18 noch einmal hervorheben für das abschließende Foto. Thanks for that, Daniel. Herr Dresen, einmal bitte. Ganz präsentierend. Wieder was gelernt zu 18. Hallo. Wieder was gelernt zu 18. Ja, haben wir alle, Leute. Und ja, ich denke, sehr sympathischer Mensch. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich hoffe, er kann den, ich kenne ihn nicht vom Torwartspiel. Vielleicht ist er ja auch schon stark genug, um den Ulle da herauszufordern. Ansonsten hoffe ich, dass er die nächsten ein, zwei Steps bei uns macht und dass er dann vielleicht eine Zukunft bei uns hat. Und das wäre doch schön, dass man vielleicht auch mal den Weg schafft zu gehen und mal einen Spieler holt und den man einen bis zwei Jahren soweit entwickelt, dass er dann auch ein Stammspieler und ein Leistungsträger bei uns werden kann. Das wäre doch schön. In diesem Sinne, Leute, kurz und schmerzlos. Rüber, die Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns wieder. Wir sind ja in der finalen Woche, wenn irgendwas passiert. Ich gehe davon aus, dass wir noch mindestens ein oder zwei Spieler verpflichten. Ich denke aber eher eine Laie. Aber mal abwarten, wer weiß. Und ich bin gespannt, ob ein Gravenberg noch verliehen wird. Ich denke, dass ein paar Waren noch wechseln wird. Es steht außer Frage. Aber dieser Tage ist auch wieder nichts unmöglich bei unserem Club. Von daher mal abwarten. Tschüssi.